hi und wie in der letzten folge versprochen heute mal ein bisschen mehr action und dafür habe ich was vorbereitet und zwar im book of krill kurz lapis enchantment cars 36 sharpness 5 heute in einmal und die chance 5 packen wir auf unseren ender dafür wollen wir 5 super also dass das und damit haben wir ein bisschen mehr sehen anstelle von 7 nur gut das hat einiges gekostet aber ich hoffe es ist es wert super bottle of weil ich habe auch schon da kellen blast protection und protection was aber und multi shot an breaking 3 infinity power 5 das macht die hier und wir sind eigentlich bereit bis auf vielleicht ein paar torches aufzubrechen entgegen wenn in denen noch nie jemand gewesen ist so ähnlich vielleicht also ich war schon da und die wg auch aber ja noch nicht ein bisschen mehr noch nicht ein bisschen viel aber faca kann man nie genug haben so denn ich will mir hinten gv sheridan sandpit anschauen das ist unsere basis wir sind gesandtet und da ist diese eine flügel und die sandpit die vh gibt es immer diese komischen strukturen ich bin da ist die sandpit ich bin halt einmal ein bisschen rum geflogen um zu gucken was es alles so gibt wir hätten es noch mehr da ist ein building und da sind tempel da sind tempel und da sind tempel aber das hier das ist irgendwie es war recht komisch und zwar auch deswegen weil als ich dahin gekommen bin bin habe ich erst mal gedacht es werden halt der bereich wo der gv sheridan gaming was sheridan ist sein sand hergeholt hat um sachen zu bauen warum auch immer dass das sind so strukturen darunter sind und dann habe ich mir den marker gesetzt weil der ist in der luft und dann bin ich gelandet und dabei habe ich dann festgestellt dass der ganze sand hier noch als entity war also im endeffekt als ich hier hingekommen bin und das ding generiert ist ist der sand 1 runtergefallen also der gv sheridan hat hier nichts abgebaut also was kann sein da unten ist die lösung aber aber bevor wir da runter gehen ihr seht ihr auch wieder die die ganzen entities die ganzen sand blöcke das war im effekt da hinten auch jetzt haben wir geben jetzt schrott ein also sand was ich suche ist ein geheimnis nein ist es nicht ich suche einen eingang und zwar bin ich der meinung es gibt einen eingang ich sehe aber keinen mal kurz gucken auf der karte ich sehe keine struktur die dahin beißen könnte darauf hinweisen könnte das sind mindeschichte hier vorne vielleicht noch guck mal da nochmal guck mal da nochmal nö ja in dem falle schau mal schau mal so batterie ist not charging so gott sagen irgendwie kommt mir das komisch vor dass mein jetpack nicht auf 100 prozent ist so jetzt ja was ist hier ich zeige es euch hier und danach suchen wir uns einen besseren platz weil ihr seht es wird rot und es gibt jede menge zeug da unten eine verborgene stadt und die schauen wir uns jetzt heute an so puddeln wir uns mal hier runter so 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 Guten Tag. Okay. Ich glaube, ich habe nicht genug Kerzen mitgebracht. Fuck. Ah, das war nicht so gedacht. Ähm, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Verdammt. Dummer Enderman. Oh, das war nicht so. So, äh, ja, eigentlich wollte ich da irgendwo ein ganz anderes was machen hier, aber, wow. Wild durch die Gegend! Ach, das ist doch noch extra dunkel hier! Oh! Autsch! Ich hätte natürlich auch ein paar Steine mitbringen können. Ich habe doch Blocke. Ich bin auch doof. Ach, super! Blood Moon! Yes! Genau das, was ich jetzt hier brauchen kann. Ah! Äh, naja, okay. Pfff! Okay, auf einen Blood Moon war ich dann auch nicht eingerichtet. Und ich hätte vielleicht eine Ender-Pouch mitnehmen sollen. Äh, mein Mist. Äh, ja. Ja. Ähm. Essen erstmal was. Äh, die will ich eigentlich nicht. Okay, basteln wir uns mal einen Weg nach oben hier wieder. Weil... Äh... Wie so oft braucht man einen zweiten Versuch. ... 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 guten tag okay in der pouch ein bisschen wegschmeißen können und dann machen wir einen zweiten versuch bis gleich so wir sind wieder zurück was ich jetzt eigentlich bräuchte werden so flammen pfeile also nicht irgendwo in den boden schießen könnte damit die mir die gegend beleuchten weil die ist halt recht dunkel guten tag und zombies gibt sie viele und eschen gibt sie auch viele und ich bin schlecht mit dem bogen aber die auch schon wieder ja ist okay ist okay ist okay ist okay ich habe es ja schon gesehen schluss jetzt nicht einfach ich bin froh dass ich einen bogen mit habe kipa 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 Und wieder zurück. So. Okay. Ob die durchkommen? So. Schauen wir mal ein bisschen weg, was wir noch brauchen können. Also in Form von zurück zur Basis. Hallo Mr. Creeper. Nein, nicht. Oh Mann. Ich werde das in Eschen. Na, zurück. Genau deswegen. Aber sie werden weniger, glaube ich. Hoffentlich. 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 Da ist er leider. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Ein Mr. Creeper, zwei Mr. Creeper, drei Mr. Creeper, zwei tote Creeper. Ouch! Ach du Schande! Oh! Das Dumme ist, da ist für viele Sachen kein Platz drin in der Pouch. Und deswegen... So, äh, einigermaßen sicher. Deswegen wird nicht alles abgebaut. Wo kommt der denn her? Mit seiner bayerischen Lederhose. Aber egal, ähm... Den Raum haben wir... Hier hinten können noch Mobs spawnen... Hier können noch Mobs spawnen... Und da vorne auch... Okay... Ich wollte doch sagen, da ist da mal wieder so'n blöder Dweller. Da vorne ist ein Creeper. Okay... Äh... Es ist es hoffentlich gewesen... Und hier gibt's dieses komische Ding, was... Dunkel war... So... Äh... Äh... Ja... Also ich hab' keine Ahnung, ob das hier von... G.W. Sheridan gebaut worden ist. Oder... Real Kern Complex ist... Oder irgendwas. Aber... Es sieht nicht schlecht aus. Finde ich. Äh... Aktuell haben wir aber nicht viel gefunden. Aktuell haben wir aber nicht viel gefunden. Da vorne geht's weiter. Da hinten die... Hm... Geht's hier auch weiter? Nö... 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 Das machen wir nicht. Ähm... Hm. Ne, hier ist auch nix. Ich könnte jetzt nicht direkt mitnehmen, aber... Was soll ich? Aha. Hm. Schad. Ich hätte eigentlich gedacht, hier gibt's mehr. Ich meine, vielleicht gibt's ja mehr. Da müssen wir da hinten noch einen, aber... So prinzipiell bei so einem Haufen Zeug. Flipper. Oh, ein komischer Stein. Was ist das? Die Lithium Ohr. Okay. 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 Es gibt auf jeden Fall jede Menge Fledermäuse hier. Ach, hier geht's noch weiter. Ach du Schande. Okay. 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 Ach, hier geht's noch. Macht mein'e noch zu, dann kommt ein anderes und macht's auch. Keeper? Na. Autsch. Ah, da. Es sagt mir nicht, dass hier nix drin ist. Außer Mobs, die wir... Ja, jede Menge haben. Draußen. Sowieso. Wie groß ist das da? Boah. War's das? Ja, verdammt. Ach, dumme Fledermaus. Ich schieß euch in die Füße. Oh, ja, nehm. Komm, ja, nehm. Schöne! Dankeschön 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 Das hätte auch ins Auge gehen können Dankeschön 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 Hier geht's noch weiter Dankeschön 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 gibt es ja nichts ja das tut mir sehr leid ich hätte Auspuffprobleme rufen Sie Pitstop an ich hätte mehr erwartet aber dem ist anscheinend nicht so ist auf jeden Fall ein ganz nettes Häuslein und ja hier kann man ein paar Sachen holen also ein paar Erze sind da Hardenplay Boneblocks wenn man welche braucht Skelette Zombies Endermen Trollers Ashen Creepers Creepers und ja also ich laufe jetzt ja nicht rum und leuchte alles aus weil warum aber es war gut dass wir Protection auf unsere Rüstung gemacht haben und Blast Protection und Schärfe na weil wir haben es gebraucht ist halt schade dass wir nichts anderes gefunden haben das soll es gewesen sein ich bewege mich wieder zurück zur Basis und ja ich habe noch eine andere Sache im Petto oder zwei oder drei mal schauen was wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall war das hier ja viel Arbeit um nichts bis zum nächsten ciao